Es ist nicht so einfach, die Tiere entgegenzunehmen, wie es Sengen schnell mitbekommt. Der Kerl wurde erfolgt, es war schwierig, die Stimmung zu halten. Es gab nur zwei Optionen, mit in die Tiefe gezogen zu werden oder den Haid ervorschwimmen zu lassen. Keine kann für mich in Frage sein. Kurz darauf können Sie noch zwei Haie fahren. Und noch ein Haik. Richard war fleißig. So weit, so gut. Alles läuft nach Plan. Die Daten der TDRs könnten dabei helfen, das Geheimnis dieses Haie zu nüften. Aber zunächst müssen noch die restlichen Haie eingefahren werden. Da sind noch zwei von den Markierenden. Schlapp sie dir. Finden wir heraus, wie gut wir sind.